Baustellen News vom 20. Dezember 2021. Heute wird die alte Hauptstraße abgefräst. Wir sehen es hier, die Arbeiter waren schon sehr fleißig. Im Hintergrund hört man auch die Hubgeräusche. Es ist leider mit etwas Lärm verbunden. Die positive Nachricht ist, es dauert nur einen Tag und dann ist ein Großteil des Asphalts auch schon weg. Wie ihr ja wisst, gibt es keine Autoverbindung mehr durch den Ortspark. Das heißt, wir stehen jetzt hier sozusagen schon direkt auf dem neuen Ortsparkgelände und 2024 werden wir hier wahrscheinlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad über die Wegeverbindungsschleife den Achter fahren und links und rechts von uns, also links von uns, bleibt natürlich das Jutz und rechts von uns wird der neue Parksee sein und drumherum Wiesen und viel Natur und darauf freuen wir uns schon heute.